Ich brauche ein Baby. Ich weiß einfach nicht, worauf ich noch warten soll. Auf einen Vater vielleicht? Ich hätte bis jetzt noch keine ernsthafte Beziehung, die länger gedauert hat als sechs Monate. Ich würde das teilweise wieder machen. Allein ein Baby bekommen leicht wird das nämlich nicht. Es wird sogar scheiß schwer. Aber ich bewundere Ihren Mut und ich liebe Babys. Ich überlasse mein Schicksal nur ungern leben. Schicksal? Genau. Alles klar? Ich habe ihn nicht verliebt. Und ich will nicht mehr mit Georgette verheiratet sein. Ich wollte dir dein Buch zurückgeben. Wollte, am Ende knappen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Bist du dein Horoskop hören? Nein. Er ist nur mit sich beschäftigt und ich muss alles praktisch erledigen. Blöd, dass du ihn seiner Ex-Frau nicht zurückgeben kannst. Es ist offensichtlich, dass sie ihn immer noch lebt. Was soll dieses Spiel? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sie beide wieder zusammenzubringen irgendwie. Gehen Sie. Gehen Sie? Ach, Sie wollen nicht. Dass ich gehe. Verlasse deinen Mann so wie jeder normale Mensch. So eine Verschwendung. Ich mache mit. Wirklich? Ich mache mit. Ich mache mit. Ich mache mit. So eine Verschwendung. Ich mache mit. Untertitelung des ZDF, 2020